Die Zukunft unserer modernen Welt ist vernetzt und digital. Das gilt für Technik und Wirtschaft, für Arbeitsformen und Lebensformen. In Deutschland und weltweit. Städte und Infrastrukturen sind so smart wie die Menschen, die sie gestalten, bewohnen und nutzen. Waren, Ideen, Informationen kennen keine Grenzen mehr. Hochdynamische Normungsprozesse ermöglichen immer kürzere Innovationszyklen. Mehr noch, die agile Normung ist künftig selbst ein proaktiver Innovationstreiber. Für diese Zukunft schafft die DKE schon heute die Grundlagen. Mit der Initiative Normung 2020 setzen wir neue, flexible Rahmenbedingungen für die Normung. In Zeichen von Vernetzung und Digitalisierung. Wir realisieren cloudbasierte Plattformen für die schnelle und transparente Zusammenarbeit von Normerstellern, Normungsorganisationen und Normanwendern. Wir entwickeln innovative Services und Produkte rund um die Norm. Und wir konzipieren damit auch neue wirtschaftliche Perspektiven. Im Zeichen der Digitalisierung wird sich die Normung in verschiedener Hinsicht verändern. Und damit auch wir selbst. Als die DKE. Das Programm Normung 2020 gibt uns klare Ziele vor, die wir mit Entschlossenheit, Fantasie und der nötigen Offenheit erreichen. Die Zukunft der Normung liegt vor uns. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir sie erfolgreich gestalten.